willkommen zu diesem video wo ich eine sehr große neuerung vorstellen werde und auch vielen dank an alle die jetzt hier schon eingeschaltet haben auch wenn im titelmaß nicht darum geht dass ich nachts bald bin in einem kinderschänderhaus geister gesehen habe oder irgendetwas anderes gruseliges sehr intensives passiert ist sondern auch jetzt einfach mal zu so einem video wo es eher um informationen geht ja ich habe eigentlich dieses video vorhin schon aufgenommen auf einem lost place aber ich bin zu oft abgeschweift und das hat mir dann am ende nicht mehr gefallen der text deswegen versuche ich es jetzt hier noch mal kurz und knackig zu halten wie ihr unter diesem video jetzt schon seht dort ist jetzt ein blauer button mit dem titel mitglied werden das bedeutet ihr könnt den channel unknown worlds jetzt freiwillig kostenpflichtig abonnieren und bekommt dafür features und benefits die andere zuschauer nicht haben wundert euch nicht dass ich immer wieder mit den augen nach unten schweife ich habe hier nämlich mir jetzt mal ein skript aufgeschrieben damit es alles kurz und knackig gehalten wird es gibt insgesamt vier mitgliedsstufen es gibt standard für 1,99 es gibt vip 4,99 es gibt prime für 9,99 und finiti für 19,99 preise und die namen habe ich mir jetzt erst mal selber ausgedacht jede stufe hat natürlich unterschiedliche benefits die ihr bekommt wenn ihr mitglied werdet und jede teurere stufe beinhaltet die benefits von der stufe davor natürlich plus zusätzliche features weshalb sie halt teurer wird ihr bekommt ich sehe es jetzt einfach mal plump auf ihr bekommt unter anderem eine unknown worlds member card von mir zugeschickt ihr dürft in die unknown worlds whatsapp gruppe rein und dort alle fragen stellen und schreiben halt was ihr wollt ich bin da auch drin werdet auf alles antworten ihr dürft ein video im monat selber bestimmen durch eine abstimmung quasi dieses video wird nur auf wunsch von den mitgliedern produziert ihr dürft in live streams hier auf dem haupt channel wenn man wieder ein live stream kommt wie beispielsweise das mit der geisterbeschwörung dürft ihr im live chat weiterschreiben wenn ich den mitglieder only modus aktiviert was sehr wahrscheinlich ist dass das passieren wird weil beispielsweise im letzten stream haben sie alle mitbekommen wenn da vier fünfhundert leute zu schauen gibt es viele die natürlich auch mist schreiben und da muss man dann zwischendurch einfach mal diesen modus anmachen und dadurch nur ihr als kanalmitglieder dann weiter schreiben ihr habt in den youtube kommentaren vor eurem namen ein symbol was symbolisiert dass ihr mitglied bei mir seid allerdings natürlich nur unter meinen videos jetzt nicht wenn ihr fremde kommentiert und eure kommentare werden auch hervorgehoben das heißt ich sehe eure kommentare in einem anderen fenster oder einer anderen übersicht als die kommentare von normalen zuschauern das heißt ich kann auch viel besser auf eure kommentare reagieren und das symbol für eurem namen das ändert sich auch je nachdem wie lange ihr schon mitglied seid da seht ihr auch wenn ihr jetzt auf den button klickt sind da sechs verschiedene symbole nach sechs verschiedenen zeiten und je länger ihr mitglied seid desto stärker wird quasi euer symbol das ähnlich wie bei der bundeswehr ihr bekommt natürlich auch exklusive emoticons die nur ihr im chat und im live stream schreiben könnt da werde ich noch welche erstellen aktuell habe ich nur eins ihr könnt mir aber auch gern welche schicken dann werde ich eure idee noch einfach umsetzen dann habt ihr individuelle emoticons die ihr euch ausgesucht habt die nur ihr im chat schreiben könnt ich glaube es war jetzt mein sechstes benefit ich vergesse immer wieder meine finger hier zu aktualisieren die längsten 10 und die ersten 10 mitglieder werden in der video beschreibung verlinkt und bleiben dort auch halt auf ewig das heißt wenn ihr noch zu den ersten 10 oder zu den längsten 10 mitgliedern gehören wollt und unter jedem video vermerkt sein wollt bis in alle ewigkeiten quasi dann könnt ihr jetzt noch schnell mitglied werden ihr seht die freien plätze dort noch ich aktualisiere das immer so ein bisschen in echtzeit und dann werdet ihr unter jedem video erwähnt zusätzlich werden aber sowieso alle kanalmitglieder am ende jedes videos erwähnt weil ich bin wirklich dankbar dafür wenn man mich finanziell unterstützt und dann will ich euch auch was zurückgeben deswegen werdet ihr am ende von jedem video immer eine outro sehen und dort werden alle kanäle die mich quasi abonniert haben also kanalmitglied bei mir gewonnen sind werden dort erwähnt mit einem danke natürlich von mir zusätzlich das achte benefit ihr bekommt einmal pro monat einen exklusiven live stream den nur ihr sehen könnt und wo ihr auch den inhalt bestimmen dürft und zu guter letzt bekommen die mitglieder der teuersten stufe das neunte benefit und das ist möglichkeit die neuen videos die neuen anderen worlds episoden die jede woche kommen vor allen anderen zu sehen ich weiß noch nicht wie viel früher ich rechne jetzt erstmal mit 24 stunden ihr bekommt vorher lade ich das video nur für euch hoch für die infinity mitglieder und ihr könnt das video schon gucken 24 stunden bevor es alle anderen ja ansonsten die member cards die ich euch per post zuschicke da gibt es eine für vip eine für prime und eine für infinity die jeweils anders aussehen das seht ihr aber auch alles eingeblendet jetzt wahrscheinlich schon nebenbei und das sind jetzt erstmal ganz grob die neuen benefits die ich mir ausgedacht habe dafür dass ihr kanalmitglied werdet ihr könnt das natürlich jederzeit kündigen das abonnement wenn ihr es abgeschlossen habt ihr könnt auch unter den unterschiedlichen stufen wechseln wenn ihr wollt und werde auch kontinuierlich an weiteren benefits und features arbeiten damit auch immer mal wieder was neues dazukommt vielleicht kommt auch mal eine neue stufe die sich einer wünscht auf jeden fall werde ich neue benefits und neue features kontinuierlich überlegen und einführen ich denke mal auch dass es ab und zu videos geben wird die halt nur für kanalmitglieder sind wie keine ahnung irgendwelche auflösungs videos wenn irgendwas gruseliges passiert also es muss sich halt wirklich lohnen für euch dass ihr kanalmitglied seid deswegen werde ich dort weiter dran sitzen und weiter daran arbeiten ich habe mir halt so gedacht ich habe mir das jetzt schon seit youtube es angekündigt hat dass dieses bezahlsystem diese kostenpflichtige kanalmitglied eingeführt wird habe ich kontinuierlich mir überlegt was kann ich meinen zuschauern anbieten damit wirklich etwas dafür zurückbekommen wenn sie mich finanziell unterstützen da habe ich mir jetzt ein jahr lang wirklich alles aufgeschrieben was mir durch den kopf gegangen ist und ich bin der meinung ich habe es auch bei anderen channels auf youtube noch nicht gesehen ich glaube dieses angebot was es bei mir gibt dafür dass ihr kanalmitglied werdet das hat kein anderer youtube-kanal auf diesem portal die meisten leute die sich das für sich freigeschaltet haben haben glaube ich auch noch gar nicht so wirklich das potenzial davon gesehen was man damit alles machen kann was man seinen zuschauern alles bieten kann die meisten ja die sagen so ja ihr kriegt ein symbol für eurem namen ihr kriegt ein paar emoticons und ab und zu gibt es mal ein video oder eine community beitrag den nur ihr sehen könnt und das war es dafür soll ich jetzt 4,99 im monat zahlen dachte ich mir ne leute die bei unknown worlds kanalmitglied werden kriegen auch etwas für ihr geld das ist mir ganz wichtig und das fängt allein schon bei der member card an selber produziert das ist eine richtige member card die lasse ich selber produzieren die schicke ich euch in der post zu und so weiter das ist also wirklich ich gehe auch ich habe auch selber ausgaben dafür um eure kanalmitgliedschaft zu fördern ja ihr seht ihr habt wahrscheinlich jetzt auch schon alle benefits nebenbei eingeblendet gesehen das sollte jetzt erstmal ganz schnell über alles rüber geflogen sein damit ihr schon mal einen groben überblick habt was ihr alles bekommt und ich werde jetzt den rest des videos ein bisschen expliziter und mehr im detail auf die eigenen stufen eingehen ihr könnt mir natürlich alle fragen stellen in den kommentaren oder nachrichten schreiben ich werde euch alles beantworten gerne auch vorschläge schreiben und so weiter ansonsten würde ich jetzt erstmal weiter gehen ja ihr habt es schon gesehen ihr könnt standard mitglied werden wie ip prime und infinity bei der standard mitgliedschaft bekommt ihr natürlich das logo für treue fans vor eurem namen ihr könnt die exklusiven emoticons schreiben ich erwähne euch am ende jeden videos und sobald ihr sofern ihr zu den ersten oder längsten szenen gehört werdet ihr unter jedem video erwähnt in der überschreibung ihr könnt im exklusiven live chat schreiben bei live stream und ihr dürft einmal im monat abstimmen was für das video kommen soll die nächste mitgliedschaft ist die vip mitgliedschaft da bekommt ihr dann schon die vip member card von mir geschickt die ihr auch schon eingeblendet gesehen habt und ihr dürft in die anderen worlds whatsapp die ich gerade am gründen bin da könnt ihr dann jede frage stellen anregungen schreiben an gewinnspielen und an umfragen teilnehmen das ist halt so die whatsapp gruppe da ist das rechte sprachrohr quasi zu dir die prime mitglieder für 9,99 euro kriegen natürlich eine prime member card anders aussieht und prime member bekommen diesen einen live stream im monat wo nur prime und infinity member dürfen wo ihr auch über den inhalt summen dürft ja und die höchste stufe die infinity stufe für 19,99 euro bekommt eine infinity gold card ist also nochmal eine hochwertigere starte ich komme ein persönliches danke von mir im video das heißt ich werde mir zeit im video geben in der nächsten another worlds episode und euch ja danke dafür sagen noch ein paar persönliche worte dazu und und das ist halt das größte video ihr könnt die neuen video 24 stunden vor allen anderen ich denke das ist wirklich etwas sehr aufwändiges auch für mich und da lohnt sich dann der preis also da bekommt ihr auch was ähm wie ich auch schon erwähnt hatte ich werde kontinuierlich an den features arbeiten an den benefits immer mal wieder was neues hinzufügen immer wieder verbessern kontinuierlich ich kann nur sagen es würde mich extrem freuen wenn ihr kanalmitglied werdet ich freue mich über jede Mitgliedschaft sei es die für 19,99 oder die für 19,99 ich freue mich extrem darüber wenn ich sehe dass ein neues kanalmitglied gejoint ist sozusagen es unterstützt mich extrem finanziell ihr bekommt etwas zurück was sich wirklich lohnt meines Erachtens und man ist nicht mehr so von diesen werbeeinnahmen abhängig weil die schwanken so extrem und dann ist wieder nicht monetarisierbar und dann hat man mehr oder weniger finanziell gesehen die arbeit komplett umsonst gemacht ist lebensgefahr meistens gehabt hat das gesetz gebrochen war drei stunden drei stunden geschnitten und am ende ist es nicht werbefreundlich und du verdienst keinen cent mit und dann ist aber mehr oder weniger zwei tage hin und das ganze riesen was man aufgenommen hat ist auch so man kriegt natürlich die gute resonanz von den zuschauern das ist auch irgendwo Lohn den man bekommt aber mit der resonanz von den zuschauern kann ich leider nicht meine so hart wie das klingt deswegen würde es mich halt mega freuen wenn ihr über die kanalmitgliedschaft mich finanziell unterstützt und könnt damit man auch einfach eine gewisse sicherheit bei youtube also von diesen schwankenden werbeeinnahmen abhängig ist ja ich würde sagen kurz und knackig war es ich habe alles präsentiert was ich wollte ihr werdet ihr werdet jetzt kontinuierlich updates bekommen wie es mit den member cards aussieht wie es mit den live streams aussieht und so weiter wie der kanalmitgliedschaft weitergeht ich werde euch immer auf dem laufenden halten immer so ein bearbeitungsstand quasi die release und ja ich würde sagen vielen dank würde mich sehr freuen wenn du kanalmitglied bist und wir sehen uns nächste woche bis dahin auf rein bis dahin bis dahin bis dahin